Limpkin Lane, Limpkin Lane, das ist die Map von, äh, von Michael. Michael Myers. Hm, warte mal, die Lampe ist an. Warte mal, ich will hinten rumgehen, ich will nicht auf der Straße lang. Oh, wait, hinter mir ist ein Jetliebendorf. Ey, ich hab die fast nicht gesehen. Ähm, was war das für ein Geräusch? Oh, hier ist die Kiste. Oh, da, Doc! Oh. Ein Doktor, ich hatte doch irgendwie ein paar mehr, doch ein paar mehr? Ein Doktor, was heißt Doktor, also? Der kann nicht schocken und dann kriegst du Wahnvorstellung für eine Scheiße und dann flackert auch, wenn er, je nachher von uns, kann das sein, wenn er in Skillchecks kommt, dass er entweder rückwärts ist, äh. Der rennt einfach bei mir vorbei, ich mach immer den Jet. Mach immer den Jet, nehm, den. Der rennt weiter. Ah, der ist der Jet. Ja, der, der ist übrigens bei mir mit Aayla hier mit unserem Gutenut. Hallo. Achso, du willst mal, dass ich Dings angucken kann? Oh, okay, das pflastert, ja gut. Viel Spaß damit. Komm, mach Jet. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Alles gut. Weite. Doppel Insta hier, genau. Jetzt rücken wir ins Moonwalking, oder was? Ey, der will die, äh, der will die Lexi haben, oder was? Ich glaube, der kommt zu mir, der kommt zu mir, der ist bei mir. Das ist bad. Dann, äh, kann er das... Fuck! Ich bin in der Palette, geht. Angegangen, nooo. Ja, der kann dich zum Beispiel schocken und wenn du dann schreist, kannst du die Palette nicht downziehen. Aber das ist übelst schwer zu timen. Oh, man, bruh. Oh, man, bruh. Ja, direkt da hinten ist so ein Gen, hier. Ja, 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 da bin ich auch gerade dran. Ich bin sogar in deinem Gen hier. Hallo. Bei der Lexi. Oh, man, bruh. Oh, Gott, der schockt die durch, Stufe 3. Huiiii. Ich glaube nicht, dass einer von euch mich holen kann, no. Ja, der da kommt. Direkt rechts von mir ist noch ein Gen. Ja, okay, okay, ne, ich... Kann ich auch von dem Gen aufstehen, ohne aufzustehen, also gleich geduckt aufstehen, einfach nur von dem Gen weggehen? Geht das? Wenn du erst die AG-Feuer drückst? Ja, da war ich gerade einfach wahrscheinlich zu langsam. Hm. So, ich geh mal retten. Oh, Mensch, Zwischenstufe 3, he? Oh, denkt dran, ich hab Babysitter an, wenn wir's brauchen. Oh, nein. Oh, komm, 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 komm. Oh, nee. Das Gute ist, ich hab Babysitter draufgegeben, das heißt, 10% schneller laufen. Oh, okay, er hat mich. Oh! Ja, start's it, lauf! Okay, ich hab grad fast Ada gekillt. So gut. Du musst halt aufpassen, ne, du kannst dich auch gegenseitig blockieren. Ey, wer ist da oben auf dem Dach? Ich? Ja, ich bin nur unten, Gen. Oh, so. Ah, ja, ja. Der ist unter dir, der ist direkt unter dir. Der guckt gerade, der geht ums Haus rum. Guckt jetzt hinter dem Mini-Check. Geht jetzt wieder vor ums Haus rum wieder. Okay, Lexi kommt zu mir und bringt eventuell den Killer mit. Oh, ich bring ihn mit. Noch nicht? Okay, du. Ja, gut. Oh, no, ich bin am Tisch angeblieben. Hä? Pfff! Haha! Wir mitten sie nicht. Ich hätte nicht später das nicht mehr mitgekriegt. Oh, okay. Ah, ich bin geschockt! Wo ist er? Ach, das war denn seine Fähigkeit. Okay, das war eine Stufe 1, das ist nicht so müld. Hä? Ich habe einfach nur hinterm Auto geduckt, habe ich dich gesehen! Oh mein Gott, ey. Ja, ja, ja. Okay. Warum soll ich das nehmen? Zur Hölle, Mann. Also du hast den jetzt hier fertig gemacht, ne? Ja, 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 jetzt, okay, der hat jetzt den Gen gelarcht, okay, oh Gott, der ist immer noch hier. Oh, der hat, ah, okay, äh, ne, der ist hinter Lexi gerade her, äh, oh Gott, jetzt will er mich. Okay, dann mach ich jetzt hier den Gen. Okay. Oh Gott, das ist nicht so gut. Oh Gott. Wie kriegt man das wieder weg, wenn du schon? Äh, weil ich beruhigen musste. Wie macht das? Äh, das geht nur, wenn du auf Stufe 3 bist. Achso. Okay, hat von mir wieder abgelassen. Oh, fuck. Oh, man, okay. Jetzt bin ich auf Stufe 3. Das Problem ist, er... Jetzt bin ich auf Stufe 3, oder was? Jetzt bin ich auf Stufe 3. Das Problem ist, er kann zum Beispiel auch seine, äh, die Bilder sehen. Oh, wow, oh, okay. Das ist jetzt nicht so gut. Hä, warum? Ja, aber, ich bin schon Stufe 3, du Idiot. Hallo, oh, wow, 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 du stehst ja auch da. Hä? Ist ja noch hinter dir her, oder? Okay, mach's kaputt. Aber dann, oh, okay, gut, ich schreibe mal ein bisschen rum. Okay, der will mich immer noch, der will mich immer noch... Oh, ich hab fast den Jam. Oh Gott, hier ist ein Keller. Ich mag hier Keller. Hä, der will mich nicht mehr. Ich hab allein in den Jam gemacht. Hi. Oh nein, ich hab in den Jam. Oh, es geht so. Oh, yes. Ich geh wieder zurück. Wie der E-Level da steht. Oh, hallo. Oh, warte, oh, das bist du... Oh, shit. Ja. Die Frage ist, will der mich immer noch? Vielleicht nicht mehr. Doch, 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 doch. Ja, ja, der rennt immer noch hinter mir her. Ja, der rennt immer noch hinter mir her. Oh, jetzt nicht mehr. Ich muss mich erstmal beruhigen, warte mal. Ja, warte mal. Oh, fuck. Erstmal tief durch, komm mal vor. Ja, warte. So, jetzt. Oh, ach, hast mich jetzt Ginster hier gerade? Boah, geil. Let's go. Oh, hallo. Soll ich dich anfassen? Ach, nee, ach, stimmt das. Ach, das ist ein Perk. Ah, wait, das ist der Perk von Sarina, oder? Au, oh, man, dude. Ich mein, echt... Alter, der Killer ist echt fucking fast. Holy Jesus. Ich find, das geht eigentlich. Der mag dich nicht so sehr. Ja, ich hab schon festgestellt. Warte mal, wenn ich... Oh, Gott, wir haben hier direkt einen Haken. Ja, ich find das. Wahrscheinlich. Oder ich find's nur zum 2 Mal auf, ja. Oh, mein Gott, wir sind ja alle hier, ey. Natürlich. Egal, ich hab den Gin schon gemacht, ey. Schockierend. Wenn ihr mich jetzt nochmal aufhängt, bin ich halt dead. Ja. Ja, der kommt zu euch. Der kommt zu euch. Der sieht euch. Nee. Okay, der sieht einen von euch. Oh, okay, gut, das hab ich geschuldet. Oh, lol, wie mies. Oh, Gott, rückwärts. Hä, der sieht mich nicht am... Pfff. Der sieht... Oh, Leute, okay. Ja, nein. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein, ich hab geknallt. Nein, rückwärts. Ihr habt mich getötet. Du kannst, wenn du runtergenommen wirst, einen Hit tanken, ne? Für, wenn du den blauen Radius du siehst. Oh, okay, unhauliert. Oh, lol, okay. Ich mach hier hinten. Nee, aber die Tür auf. Jo, warte. Lass mich dich erstmal heilen. Ich hab vergessen. Ich darf keine Schleihalt. Ja, ich mach jetzt die Tür auf. Dann muss ich ja... Nee, 99% nur machen, also nicht öffnen. Warum nicht? Achso, dann... Jetzt geht der Timer los. Richtig. Sarina hat mich... Oh, okay. Oh, der auch nicht. Okay. Ich versuche zu retten. Mach mal du die Tür auf. Okay, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Äh, ich... Ich bin... Oh, fuck, dude. Oh, diesmal konnte ich den nicht juken, leider. Ja, dafür kann ich ja nichts. Ja, jetzt bin ich tot. Okay. Gute Nacht. Und von dem Timer Angst haben. Nicht vom Tiger. Oh. Der Timer ist eine Lüge. Oh, mein Gott. Das geht schon. Ist es überhaupt möglich, das zu schaffen, sich runter zu wiggeln? 3% hast du halt, ne? Nein, ich meine, sich runter zu wiggeln, wenn er dich auf der Schulter hat. Ja, 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 aber das ist schwierig. Also, das kommt drauf an mir selber halt doch, wenn er sich ein bisschen verläuft, teilweise die Haken nicht sieht oder irgendwas, dann kannst du... Dann musst du halt alles perfekt treffen, was jetzt nicht unbedingt so schwer ist. Oh Gott, okay. Oh Gott. Ja. Ja, so das... Deine Tor ist halt zu 99 verbrochen, ne? Na. Okay. Never mind, jetzt ist es offen. Problem ist, kriege ich es? Okay, ich bin eh... Ich bin jetzt wahnsinnig ohne Ende, aber... Ich werde mich erstmal nochmal beruhigen. Gibt es nochmal extra Punkte, oder? Nicht rundum schreien hier. Oh, Mensch, die bringen was mit. Ruhige dich. Ist schon passiert. Punkte. Ja, bei mir noch nicht. Das Stream hat... Verzögerung. Wie er zuguckt. Ja, weil er genau weiß, dass er halt... euch nicht mehr mit vorbezüglichen hat. Oh. Oh, Mann. Der arme Doc. Naja. Man gab's gut Punkte. Ich bin gestorben. Was soll das heißen? Davon kann ich ja nichts. Wie gesagt, das kommt aber mit der Zeit. Erstmal ein bisschen Übung reinkriegen, etc. Okay. No. Okay. Oh, der hat auch keine Perks gehabt. Das war ein Perkless Dog. Okay.